Ja genau. Also 1001, weißt du, war eine Halthau, was meine Opa auch hatte, aber eigentlich ein geiler Kombi. Hätte mein ganzes Equipment ohne Probleme eingepasst. Ja, das ist immer von den Gleichsongsreitern geschrieben und es ist so, ich spreite ein bisschen Leben von den Fiat, damaliger Fiat, ein italienischer Film, das ist kein italienischer Film mehr. Ja, so das Leben von einem Mitarbeiter von Fiat, er macht seine ganze, ganz, ganz, ganz anstrengende Arbeit, er, wenn ein Auto aus Stahl gemacht war, heute ist Plastik und wir zahlen mal 50.000 Euro. Ja, das war nicht witzig, habe ich gemerkt. Ja, das Lied heißt La Mille Cento. Ja, das war nicht alle,ie Musik Ma alla fine, settimana, il riposo ci fa bene E noi andremo, senza pensieri, dagli amici a Moncalieri La mille svegli, la mille svegli La mille svegli Un bicchiere di vino buono Ma ti dà tutto il calore Trovi l'acqua donna, fai l'amore Ma sei già pronto per partire Spegni tutte le luci di casa Metti il tuo abito migliore pulito Lascia la carne al gatto per tre giorni E siamo una torina abbandonata Ja, genau, ma non mi sembra Oh, man Jetzt weiß ich bescheu Trovi la tua macchina bruciata La mille svegli 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 Was machen wir jetzt? Wie viele haben wir? Einschweilerung? Drei, ne? Vier? Einer geht noch!